Hallöchen! Schön, dass Sie angeklickt haben. Wie Sie sehen, bin ich auch viel mit dem Fahrrad unterwegs. Aber ich glaube, mit dem Fahrrad brauche ich am ersten Mal nicht teilzunehmen, da werde ich keinen Preis mitgewinnen. Aber wo wir einen Preis mitgewinnen können, ist unser frisches Angebot mit Obst, Gemüse, Kartoffeleier. Schauen Sie mal rein, dann gucken wir mal, was wir so alles haben. Wir kriegen ein Gemüse, da sollten wir alle Wünsche erfüllen. Wir haben ein breites Sortiment, vieles aus der Region, was direkt von hier kommt. Oder hier so Besonderheiten, wie zum Beispiel diese Brunnenkresse oder verschiedene bunte Möhren, Stielmus, Datteltrauben, alles Mögliche. Wir haben viele Besonderheiten, so ein Romanesco, alles was das Gemüseherz mag, haben wir für euch vorrätig. Ja, wer schon mal so ein schlauer Sprout gekauft hat bei uns, so wächst es am Feld, genau wie ein Rosenkohl, viele kleine Sprossen. Ist jetzt leider zu Ende die Zeit, aber dafür kommen andere schöne Sachen. Wir sind jetzt in der Spargelzeit und frische Erdbeeren gibt es jetzt auch. Wenn die Kräfte mal zu Ende gehen, mal schnelle Banane oder eine Klementine, hilft wunder, gibt neue Kraft, damit wir auch die letzten Meter schaffen.